Was für ne Aufregung, ey, Alter. Ja. Ja. Mikrofonmusik. Also der Hammer, der hier vorne steht, wird, ja, wird die Salz im Dings verkaufen. Ja. Mein sichtbarer Helmet, hast du da noch Salz drin? Nee, die letzten 30 habe ich 30 gegeben. Gut, ist da noch irgendwas im Helmet drin? Ja, Essen und Trinken, aber das habe ich Jägermeister gegeben. Gut, also dein Inventar noch Salz? Nein, warte, warte, warte. Fütte mich. Nein, ich bin tot. Nein, wie konnte das passieren? Mein, 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 mein. Wie viel? Nein, das ist Jäk sein Geld, das ist Jäk sein Geld, das hat sich von ihm aufgehoben. Nein. Äh, habt ihr jetzt alles raus? Ey, ich mach jetzt Weakless Medic. Ja. Nee, ist noch geschenkt. Ich nehme mal das Fernglas. Machst du jetzt den Rest rausgenommen? Ne, sind noch 27 oder so drin. Bei mir ist alles voll. Ich weiß nicht, bei wem noch was Platz ist. Teilen wir jetzt das gestreckte Coca in den Ifrids auf? Ja. Ah, hier ist noch Salz drin in den anderen Ifrit. In welchem? In schwarz-weißen. Nehme ich noch mal alles raus. Ja. Ja, zerschießt dann die Reifen. Ja, mit Waffel. So, nur noch Salz drin. Wir haben jetzt mehr Fahrzeuge als Leute, ne? Guck mal, der hüpft hier noch rum, guck mal. Die Leiche hüpft hier noch rum. So, lass uns jetzt losgucken. Ja, warte, warte. Haben wir jetzt mehr Fahrzeuge als Leute hier? Ich bin gleich wieder am Leben. Frage. Aber ernst hatte dann ja nicht. Treib mal Dr. Schneider an, wie lange er denn ungefähr braucht. Äh, der rot-schwarze Ifrit hat noch kein gestrecktes Coca drin. Da musst du dir was aus dem Hemmel rausnehmen. Da ist nix mehr drin. Dann muss der rot-schwarze Ifrit leer fahren. Fahr jetzt auch zum Salzhändler. Ja, es wird sowieso alles aufgeteilt. Durch zwei, vier, sechs, acht Leute. Ja. Gut hier. Roger von Oberholt. Das heißt, jeder schreibt sich auf, wie viel er jetzt hat. Auf Kasche. Und jeder schreibt sich auf, wie viel er kriegt durch den Salzbaden. Genau. Hallo? 10 Cent. Also nochmal, jeder schreibt sich jetzt auf, wie viel Geld er jetzt bei sich hat. 0, 12, 10, 1000. Tschüss, Asio. Erinnern uns morgen nochmal dran, okay? Wer ist das denn dann? Ich glaube, ich begleite dir. Schnappelmusik. Kennt ihr diese komischen, bommelnden Dinger an Kapuzenpullis? Ja. Bommelz. Ich habe meinen gerade voll gesabbert. Oh. Alter, ich nehme off, ja? Ey, das muss ich ja jetzt auch noch rauspiepen. Das ist hervorragend. Ey, nicht rauspieken. Ne, nix machen. Nix. Papen? Ja. Das ist eine kleine Schlau. Zerschießt du mal bitte die Reifen von dem Ufrit, der da noch steht? Nein. Nein. Einmal schon. Pack da aber ein Repair-Kit bitte rein. Nein. Ich habe den Schlüssel für das Ding nicht. Ich gebe den dir. Ach nee, ich bin tot. Oh. Ja. Ne Anhef, der da. Azir hat mir gerade gestupft. Vielleicht könnten wir mir einen kleinen Gelb-Zuschluss geben, weil ich die hohen Ausparkkosten hatte. Ja, okay dann. Wow. Ich habe den Schlüssel für die Reifen und pack da dann ein Repair-Kit rein. Ach so, okay. Ja, sag ich ja. Ich brauche nichts dafür gießen. So. Hallo, bitte. Wo hast du denn die Wehverwarte? Ich bin mir jetzt endlich los. Ähm, ja, kann sein, dass du die Wehverwarte nicht sieht, ne? Weil ich in der Erde bin. Alter, die Wehlos gehen schon wieder ab, ey. Guck mal. Leute, ich fahre schon mal zum Drogen-Geed ein. So, die Perkett ist nie. So, ich bin auf die Schmutzung, weil wir die Wehverwarte sind. Also nichts. Hier. Hier rein zusammen. So, die restlichen drei Magazine helfe ich mir auf, ey. Haven. Aber ich verstehe die gerade nicht. Wie bitte? Zu welchem Dealer fahren wir? Telos? Telos? Telos. Was fahren wir Telos? Hm, da fanden Telos. Warte auch, was ist das Sprit noch in Main, Ifrit? Und zu welchen? Zu welchen Fahrt ihr? Keine Ahnung, wir müssen uns aufteilen, wir können auch gemeinschaftlich nach Telos einreißen. Ja, sehr glaube ich sogar sicherer, weil... Oder warte mal, kann mir einen noch Punkt 45 ACP-Money geben, weil ich hab noch 10 Schuss oder so. Hey, hat keiner. Hey. Ja. Wie lange hast du jetzt auch genommen? Die ganzen drei Stunden? Nein, äh, ich hab zwischendurch Pause gemacht, so die Fahrstrecken und sowas. Aber ansonsten hab ich eigentlich aufgenommen. Wie wirst du das nennen? Heelsgrubbel am Kokain-Steiger. Kokain. Da kriege ich was aus. Wo ist die Kokain-Steiger? Nein, Kokain-Steiger. Nein, Kokain-Steiger. Ja, das ist ja noch ein Kokain-Steiger. Stimmt eigentlich. Ja, ein Kokain-Steiger. Ich hab schon lange sinnlose Arbeiten. Drei Stunden lang umsonst. Alter, das ist irgendwie total bescheuert, weißt du? Wie hast du draußen mal gecashed? Beim Kokain-Steiger. Bist du hier mal unterwegs, weißt du nicht? Hast du hier summert von einem Konvoi, Alter? Bisschen hoch. Kein Kok in der Nähe, aber trotzdem kommt man scheiße eigentlich. Hey, die hat so scheißen Mule machte du. Hey, warte mal. Und so kannst du einfach mit dem Ding durchbrettern, wieso das? Weiß ich nicht. Ich hab hier keinen Farbverlust, also keine Farbe, nix. Der fährt nur 70. Dann steck nochmal aus und wieder rein. Vorsicht. Das ist voll widerlich. Jetzt ist das ganze Teil nass. Boah, Alter, dann schnippt die irgendwas hin. Ja, unterwegs. Ich kann aber auch in der ganzen Zeit jetzt dann wiederkehren. Nee, nee. Der Schneider hat ja gerade unten beschrieben, dass Haufen Troller am Marktplatz sind. Ich denke mal, die werden einen großen Einsatz machen. Der Schneider ist in der Hotel, der jetzt gerade wiederkehren ist. Porno. Ja. Dann denk dran, in dem Ifrit ist ein Repair-Kit. Du kommst dann runter nach Kelos, bitte. Haben Sie vielen lieben Dank, Herr Dr. Schneider? Ich werde Ihnen spätestens morgen Nachmittag eine kleine Spende zur Verfügung stellen. Was? So nett bist du? Viel Spaß noch. Hast du gehört? Im Ifrit ist ein Repair-Kit. Und jetzt sagt er, er kommt da nicht ran. Er hat sich gemutet. So. So jetzt. Bist du am Ifrit? Ja. Hast du Schlüssel dafür? Ja, klar. Ich hab für alle Ifrit sind Schlüssel. Super. Reparieren, einsteigen, Kelos. Ja. So ist Kelos. Bange. Ja, da muss ich sagen. Ja, da muss ich sagen. Also, ihr seid so. Wir gleich sind hier. Dauert noch. Okay. Hey, was steht dein Ifrit da noch alleine rum? 50 Sekunden noch. Mann. Ich hab mein Ifrit bei mir. Ich mein hier, es steht noch ein Trauer Ifrit da und das ist deiner. Also, mit dem fährst du jetzt auf Kelos. Ja, aber es könnte ja etwas länger dauern. Und ich hab nicht, ich brauch keinen Unfall. Mach nichts. Jake? Ja? Hoffe ich auch. Ist das dein Ifrit? Erstmal noch. Erstmal einen schönen Abstecher in den Kavala, Köln. Nein, danke. Bitte. Wenn der weg ist. Komm schon. Dann ist es du mit dem. Oh, nee. Weil, wenn du nämlich mit dem Ifrit durch Kavala fährst, dann impounden die das Ding. Aber krass. Aber die werden wir mit 100 Sekunden Kavala tun. Beziehungsweise dann verkaufen sie das. Aber Leute, was ist, wenn der Sanitäter dem Grün jetzt steckt, wo ich war? Nein. Nein. Macht der nicht? Darf eigentlich nicht. Doch darf er. Er darf ja. Weil er ist ja Worldplay. Aber... Also, die Kopf hat ein ganz schön was zu tun. Strider, Hellcat. Ja, der Sanitäter hat noch was zu tun. Lass mich raten, dass es dreht. Oh Gott, ey, Alter. Alter, das müssen wir auf jeden Fall am Wochenende nochmal machen, ey. Auf jeden. Ich hab jetzt nur 1,4 Mille. Ich fahr mal schnell zur Tanke, okay. Aber dann müssen wir früher anfangen. Ja, das müssen wir machen. Wenn der Gefangler ist, soll der Prozent dabei sein. Morgens drei Stunden und einer muss, oder zwei, die müssen bei einem Strecker kämpfen.